0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Pflüger ist in Präzision und Abstand Niveau, die Währung hälter kommt 5'000 km pro Stunde und eine Einzelhand für Eure Teamarbeit zeigen Ihnen die 6 Brustfilz-Termilote, nur unter Leitung des Patroux-3-Kammergast Amberspringamt in Heberlin. Wir wissen uns gut, hier in der Luft von Dürbendorf begrüßen Sie ganz aus der Patroux-3. Jetzt bestellt euch die Regisse in Formation Schmarr, mit anschließendem Wechsel in Formation Delta. Die Regisse in Formation Schmarrn Die Regisse in Formation Schmarrn Okay, wir können nach sich in Formation Schmarrn Wir fangen auf mit dem Halbwagd Pfeffi. Wir erinnern, dass wir in Wettbewerb aufs Land Talitz und der Tiger III ist der Halbwagd Talitz-Ferreira-Allianz Pfeffi. Heißt du. 100 Kilometer Schuhr eingert mit einer Gewinnigkeit von rund 600 Stundenkilometern. Heißt du. Heißt du. Heißt du. Heißt du. Heißt du. Die nächste Vektor ist der Pusolum. Großenste Anspruchskall auf der Station. An die Linie, an die Referenzpunkte, in der Vorderen von der Konzentration. Achtung. Wir bringen so am Südflugzeug vorne mit einer Linie. In der Linie ist Nummer 4. Der Handmann Paulus Meijer, Anna Schmerk. Super, danke. Hallo, Greta. Ja. Ja. Ja, ich bin der erste Vektor in die Station Superbox. Ja. 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 Hier. Ja. Ja. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Das war's für heute. Das ist alles. Ein Kreis in der Formation. Vielen Dank. Ich freige euch an den K следchen. Das ist ein Streichreicher der Lütz, die da nicht gerade noch ein bisschen gehen. Rauch, Achtung, Tuck! Läge von Funktionen, The Wall, die Biblicka-Brupport, auf einer Linie, nebenan. Die Radius in Partie mit der Reaktion in Formation Tarnow, auf der Gravitmantan. J.D. von rechts, zu left, mit der Präsentation der F-5 Tiger ist down. J.D. von rechts, mit der Präsentation der F-5 Tiger ist.